3 ... 4 .... 4 .... OOT Das ist alles wovon ich 10.000 Fossum gebraucht hab Okay mal raus Wir haben Davidoffs Aufenthaltsort aufgespürt. Er ist momentan nicht in der Villa. Denken Sie daran, sich immer im Hintergrund zu halten und setzen Sie nicht Elektras Sicherheit aufs Spiel. Hm. Ich bin ruhig zu sein. Was war das? Stopp! Alarm! Ja. Das wusste ich. Ich will bloß nicht mit Verfuggen laufen. Ja, natürlich. Also war das die Person, die ich die ganze Zeit gehört habe? Aber wenn ja, könnte das blöd werden. Dann geht's vielleicht ja noch. Ich bin verschlossen, die sind alle verschlossen! Super! Was war das? Warte So, vielleicht funktioniert die Tür besser Was war das? Nichts! Hey! Alarm! Klappe Stop! Okay! Alarm! Jetzt weiß ich zumindest nicht die richtige Tür ist! Ah, das wird sowas von wieder ein Triangle-Error-Level Im Gegensatz zu 64 Personen darf ich ja das Level nicht erkunden, nachdem die Mission schon viel geschlagen ist Macht's denn noch schwerer? Oh, aber wenigstens hab ich mir jetzt meine Geschosse wieder! Ja! Mh, muss mal sicher gehen Oh! Hey! Okay! Okay! Von Spaß sag ich euch! Ein Spaß! Ja! Äh! Äh! Aber soweit ich mich... Soweit ich jetzt... Ja kurz nah... Äh, ja, ist das äh... Vorletzte... PS1 N64-Spiel Also... Der Welt ist nicht genug, weil das letzte N64-Spiel... Was ich... Spiel nehmen muss... Und das ist das vorletzte PS1-Spiel, also... Wir nähern uns langsam der guten Ära der Bonn-Spiele... Äh! Da ist noch eine Tür! Auch noch eine Tür! Ich bin ein Schmerz! Äh! Ja! Ich bin ein Schmerz! Ach! Ich bin ein Schmerz! Ich bin ein Schmerz! Der ist wiederkeits! Ich bin ein Schmerz! Das war's für heute. Ah, ich sehe das mal ein bisschen anders. Okay, den darf ich nicht verprügeln. Gut zu wissen. Also, einfach nur um die Ladezeiten ein bisschen zu verkürzen und alles, also dass zwischendurch dann die Katzen überspringen, werde ich jetzt am Anfang des Levels einmal kurz eine Save-Sate machen. So. Dann müssen wir das nicht andauernd machen. Wir wissen, was in der uninteressanten Tür drin ist. Also, in der uninteressanten Tür ist ein bisschen gemein, aber... Was hier in der Tür drin ist? Okay. Cool. Warte ich, dass wir nochmal neu. Okay. So. Oh. 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 was ja 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 Was war das? Stopp! Ich hab Stopp gemacht. Musik Wer hat das eingeschaltet? Ich kann ihn nicht zurück, verdammt! Ich kann ihn nicht zurück, verdammt! Wer hat das eingeschaltet? Ich steh auf! Wer hat das eingeschaltet? Das gefällt mir nicht! Ich laufe nur im Kreis, ne? Jo! So! So! So!